Wir sind heute schon wieder unterwegs und haben auch mal die Rollen getauscht, denn Halil darf heute noch mal zur Schule gehen. Ja genau, wir haben jetzt einen schönen neuen Wohnwagen, aber ich kann nicht damit fahren. Mein Wiführerschein geht ja bis 3,5 Tonnen und da kommen wir ein ganzes Stück drüber. Deshalb mache ich heute den B96 und nehme euch mit in den Kurs. Jetzt die Theorie ist vorbei und ich gebe es ein bisschen Praxis. Jetzt! Ja! Also heute endet wieder unser B96-Kurs, war ja wieder eine schöne, lockere Atmosphäre für alle, denke ich. Hier geht es ja eh relativ viel um Freizeit und um schöne Dinge und das merkt man einfach im Kursverlauf. Wie hat sich der Halil gemacht? Kann man ihn jetzt auf die Straße lassen? Ja, mittlere Katastrophe, zur richtigen hat es nicht gereicht, aber ich denke, er hat ja eine gute Begleitung nebendran. Wäschmann! Alles gut, ich denke es hat für alle gepasst und hat bestimmt auch Spaß gemacht, so wie es ausgeschaut hat. So, das ist alles für heute, hatten wir viel gelernt. Es ist super einfach, coole Übungen dabei, gute Informationen und musst du keine Prüfung machen. Einfach fahren. Jetzt, ich bin in Theorie und Praxis gut vorbereitet zu fahren, unsere neue Bombard.